Der Grund für die Auswahl dieses Werkes als Einstieg in den Wissenserwerb Die Aufmerksamkeit, die unsere rechtschaffenden Vorfahren und unsere Gelehrten der Ahlu Sunnati wal Jama'ah diesem gesegneten Werk aufgrund seines gewaltigen Nutzens zukommen ließen, verlieh diesem Werk sowohl einen Startpunkt als eine Grundlage für jeden, der nach Wissen streben möchte. Aus diesem Grund nehmen wir ihre Handlungsweise als Vorbild. Darüber hinaus ist es auch für jeden anderen wichtig, dieses Werk zu studieren und sich die beinhalteten Grundlagen und Grundsätze zu verinnerlichen bzw. zu befolgen. Dieses besondere Werk, so wie alle anderen Werke von Muhammad ibn Abdul Wahab, zeichnen sich aus durch ihre Einfachheit und Klarheit, dadurch, dass alle Themenpunkte belegt werden mit Beweisen, durch das Sammeln und Orden aller Themenpunkte, bevor man mit ihren Erläuterungen beginnt und durch die häufigen Bittgebete für den Leser dieser Werke. Was sind die drei fundamentalen Grundlagen? Kurz gefasst kann man sagen, dass die drei fundamentalen Grundlagen die Fragen sind, die man im Grab beantworten muss. Erstens, wer ist dein Herr? Zweitens, was ist deine Religion? Und drittens, wer war dein Prophet? Welche Nutzen erzielt man sich durch das Lernen von diesen fundamentalen Grundlagen? Wenn man diese Grundlagen verinnerlicht, danach handelt und dann die Menschen dazu aufruft, so wird man, inshallah, diese Fragen, die einem im Grab gestellt werden, beantworten können. Und so unterteilt sich dieses Werk in fünf folgende Abschnitte. Erstens, die vier Grundsätze. Zweitens, die drei Grundsätze, die drei Kategorien des Tauhid. Drittens, die Notwendigkeit, den Tauhid zu erlernen. Viertens, die drei fundamentalen Grundlagen. Das sind die Fragen im Grab. Und fünftens, durch das Schlusswort. Zweitens, die drei Kategorien des Tauhid zu erlernen.